Heute nochmal in Stuttgart, liebe Zuschauer, in der Komödie im Markwart, ihr könnt es hinten lesen, an der Bar, das hat einen guten Grund, denn zurzeit gibt es hier in Stuttgart bis Anfang Januar 2015 leiblich und frisch auf der Bühne. Und dazu gekommen sind natürlich einige neue Gesichter bei dem Theaterstück und ein davon, er hat bei der Premiere meines Erachtens den meisten Applaus bekommen, woran das vielleicht liegt, wird er mir gleich verraten, David M. Schulze, da dazu Hallo und Herzlich Willkommen. Hallo, Dankeschön. Ja, hast du so einen großen Fankreis hier in Stuttgart oder woran lag es? Ja, man muss fairerweise dazu sagen, dass der größte Teil von der Gruppe, die da so laut gejubelt haben, tatsächlich meine Familie war. Ich habe, mein Vater hat fünf Geschwister hier im Stuttgarter Raum, die alle zwischen zwei und vier Kindern haben, also ein Haufen an Cousins plus Anhang, plus Freunde und dann natürlich tatsächlich ein paar Fans sind da natürlich auch dabei, also meine Familie sind natürlich so gesehen auch Fans und die haben da natürlich, waren natürlich doppelt stolz am Abend der Premiere, weil auch alle sehr große Leibli und Frisch Fans sind. Leibli und Frisch, das war ja vor knapp fünf Jahren der große Renner bei uns im SWR Fernsehen. Hast du es auch geguckt? Ja, ja, ich habe auf jeden Fall, auch später dann auf DVD, ich war ein absolut großer Fan von Leibli und Frisch, umso überraschender war es dann, als plötzlich mein E-Mail-Programm Plong machte und ich eine E-Mail bekam, in der drin stand, ja Herr Schulze, Leibli und Frisch, kommen Sie mal bitte, wollen Sie nicht vorsprechen in Stuttgart. Also ich kam da wie die Jungfrau zum Kinde, zu Leibli und Frisch hier und bin super stolz, dabei sein zu dürfen. Jetzt wird ja in der Serie oder auch generell in dem Stück, es ist ja im Schwäbischen auch Schwäbisch gesprochen, wenn man jetzt so deine Aussprache hört oder dein Dialekt vom Schwäbisch kaum was zu hören. Ah ja, ich meine Schwäbisch muss halt mit der Muttermilch aufsaugen, ansonsten lerne ich nie. Aber naja, an der Schauspielschule wird ja schon dann auch dran, also während des Schauspielstudiums wird ja dran gearbeitet, dass man im Prinzip Hochdeutsch spricht und das bürgert sich dann auch in den Tag so ein. Aber ich freue mich tierisch auf Schwäbisch was zu machen, das macht großen Spaß. Ja, irgendwo habe ich auch immer das Gefühl, es geht irgendwo generell wieder ein bisschen vielleicht auch verloren, weil auch in der Schule ja komplett auch nicht mehr so Dialekt gesprochen wird. Einerseits wird es aber auch wieder gefördert. Was zum Beispiel so aus Bayern kommt. Genau. Also ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist gerade als Schauspieler, es ist zwingend notwendig, dialektfrei sprechen zu können, weil einfach am Theater 95 Prozent der Produktion auf Hochdeutsch stattfinden. Ich meine, wenn man dann die Chance hat, im Heimatdialekt zu spielen, dann finde ich, sollte man die auf jeden Fall nutzen. Nee, gute Sache. Jedenfalls, das Stück geht noch bis Ende, ja, Anfang Januar, so Ende Dezember, Anfang Januar. Was machst du sonst, wenn du jetzt nicht auf der Theaterbühne hier in Stuttgart stehst? Ja, Frank, da haben wir ja hier eine schöne CD. Da kommen wir noch ausführlich nachher noch. Da komme ich wieder noch zu. Ja, ja. Ich wollte jetzt eher ein bisschen zur Indie ausschweifen in Richtung, ja, Schauspielerei, Synchronisation in die Richtung. Ja, also... Wenn da noch eine Homepage draufsteht. Genau. Ich bin sehr aktiv im Bereich Sprechen, also das heißt Synchronisation von anderen Schauspielern, von ausländischen Produktionen, von Zeichentrickfilmen, Computerspiele mache ich sehr viel. Macht einen Riesenspaß und ist für mich, der ich eigentlich ein freiberuflicher Künstler bin, jetzt hier in Stuttgart bin ich ja für den Zeitraum hier angestellt, aber ansonsten arbeite ich selbstständig, ist das auf jeden Fall nicht nur ein toller Job, sondern auch ein sehr guter Nebenverdienst. Was sind es für bekannte Figuren, die du da schon deine Stimme geliehen hast? Also es sind teilweise bekannte Produktionen im Computerspielbereich. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber falls Computerspieler zuschauen, Call of Duty zum Beispiel, Company of Heroes, Splinter Cell, bei The Witcher 3, das jetzt bald rauskommen wird, bin ich mit dabei in der größten Nebenrolle, also in der Rolle, die quasi den Spieler begleitet durch das Spiel, hat sehr großen Spaß gemacht. Ja, im Synchronbereich, ach, ich vergesse immer, wie das heißt, das sind ein Haufen an erfolgreichen Manga- und Anime-Serien, mit denen ich persönlich ziemlich wenig anfangen kann, außer dass es Spaß macht, sie zu synchronisieren, aber im Blatt Plus heißt eine und... Ich... Nee. Okay. Cut. Cut. Okay, sehr viel, sehr viel. Ich höre schon, genau. Richtig. Wenn ich dir kürzer antworten soll, sag Bescheid. Das ist okay, wir können uns hier völlig austoben und aus denen zu trinken. Kriegen wir natürlich hier jetzt an der Bau heute nichts noch. Wir haben kurz nach elf oder halb zwölf geht es schon zu, wenn man vielleicht hinten die Uhr beobachtet, wenn einer da so schlau ist. Ja, dann ist das eigentlich für dich recht früh, oder? So, für einen Musiker, für einen Schauspieler, ich denke mal, da geht auch die Zeit ein bisschen anders. Ja, ich sag mal, der Tagesablauf verschiebt sich meistens nach hinten, weil man ja doch dann irgendwie in den Abendstunden und am Wochenende arbeitet. Aber, ich weiß nicht, aufstehen ist aufstehen, immer schwer, aber man muss halt aus den Federn. Ist die Uhrzeit eigentlich egal. Bleibt nichts anderes übrig, genau. Ja, und Musik, das ist jetzt das nächste Stichwort, da kommen wir jetzt gleich mal drauf zu. Also, du hast mir, wie gesagt, schon mal Schönes mitgebracht, hast es auch schon versucht, in die Kamera zu zeigen. Machen wir jetzt hier rüber, genau. CD, sieben Stücke sind drauf. Eigene Titel? Ja, komplett selbst komponiert, selbst geschrieben und mit Band dann auf die Platte gepresst. Wie läuft dieses Projekt als Musiker? Ja, also die Musikbranche ist mindestens genauso kompliziert wie die Schauspielwelt, wenn nicht noch komplizierter. Ich bin sehr zufrieden, also die Platte kam am 20. Februar 2014, also Anfang des Jahres, raus. Lief jetzt im September auf Big FM im Radio. Da habe ich mit, bitte, bitte, den Newcomer-Wettbewerb auf Big FM gewonnen. Und daraufhin wurde dann eine Booking-Agentur und ein Künstlermanagement aus Tübingen übrigens. Also scheinbar konzentriert sich alles wieder auf die Heimat. To the roads? Genau, und jetzt muss man schauen, alles in kleinen Schritten in die richtige Richtung und dann schauen wir mal, was sich da noch entwickelt. Das ist auf jeden Fall meine allergrößte Leidenschaft, die Musik. Die Musik, sehr gut. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen unter die Arme greifen, mal gucken. Auftritte etc. Schauen wir mal. Ja, wo kann man dich da so dann sehen? Großraum Köln erstmal oder wo bist du da immer so mit der Gitarre und deinen Musikern unterwegs? Ja, also klar, aufgrund der logistischen Einfachheit viel im Kölner Umland. Jetzt spiele ich erstmal Theater bis Mitte März, habe auch schon ein Folgeengagement. Also wenn hier Leible und Frisch abgespielt ist, werde ich Ferdinand in Kabale und Liebe spielen am Schlosstheater Neuwied. Und ich sage mal, ab April kümmere ich mich dann wieder um Musik. Ich bin aber am 25. März in Weinheim tatsächlich und spiele da ein Konzert im Maddis, so ein Musikerschuppen. Okay, gut. Nicht schlecht. Das klingt auch gut. Termine kann man bestimmt alles erfahren auf deiner Homepage, oder? Termine, News, Neuigkeiten gibt es auf www.davidmschulze.de oder noch einfacher für die Facebook-User David M. Schulze auf Facebook eingeben, auf Like drücken und dann kriegt man alles mit, was man so mitkriegen kann. Wo du dich auffällst, wo du dich rumtreibst etc. Na, also übertreiben tue ich es ja nicht. Postet da jetzt nicht, was ich zum Mittag esse und wann ich morgens aufstehe und dass ich wieder ins Bett gehe. Aber wenn es was Neues gibt, über das es sich lohnt zu berichten, dann, also niemand wird zugespammt. Ich achte da schon drauf, dass das sinnvolle Neuigkeiten sind. Eine Sache interessiert mich jetzt natürlich. Wofür steht das M? Ja, das steht natürlich für meinen Zweitnamen, der aber an dieser Stelle nicht verraten wird. Sagen wir einfach, das M steht für Marketingstrategie. Das klingt gut, das klingt gut. Kann man also, kann sich jeder überlegen und sich was ausdenken, was er will. Genau, genau. Ne, das lassen wir einfach mal so stehen. Gut. Hier auf der Theaterbühne nochmal, da lässt du ja wirklich im wahrsten Sinne die Hosen runter. War das schwierig, so eine Szene einzustudieren? Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, es war ja vor dem Vorhang und, also vor der Pause und nach der Pause die gleiche Szene, dann ging weiter. Bleibst du da die ganze Zeit stehen? Also, wenn es so, wenn man die Vermutung hat, dass es so ist, dann haben wir alles erreicht. Nein, natürlich nicht. Also wir gehen dann auch ab und machen dann kurz 20 Minuten Pause und atmen mal durch. Ist ja doch ein sehr hohes Tempo, was wir da abliefern. Und dann gucken wir halt, dass wir uns genauso hinstellen, wie wir aufgehört haben. Und ist auch schön, also wir haben jetzt zwölf Vorstellungen hinter uns. Es gibt regelmäßig da Szenenapplaus, weil es den Leuten gefällt, dass es genauso aussieht wie vorher. Schon super. Ne, finde ich gut. Da haben sich die Autoren doch auch was einfallen lassen. Definitiv. Also Sebastian Feld hat da, so wie in der Serie auch, einen wahnsinns Job gemacht. Und das ganz, ganz toll auf die Bühne transferiert. Ich bin happy, stolz, dass ich dabei sein darf. Und dass sie für mich so einen richtigen Leible da geschrieben haben, den ich dann ausarbeiten durfte. Ja, toll. Tolles Stück. Macht richtig Spaß. Ich freue mich auf die nächsten 40 Vorstellungen, glaube ich. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Fortsetzung. Wäre natürlich schön. Deine Ziele fürs Schauspielerische, sag ich jetzt mal, was wäre für dich mal so eine Rolle noch? Oder irgendwo mal größer Fuß fassen, auch in irgendwelchen Fernsehstücken, Krimiserien, was es alles so gibt? Also was ich sofort machen würde, wäre Leible und Frisch Staffel 3. Du müsstest jetzt dann sagen, Staffel 4 ja schon, oder? Ja, na gut. Dreieinhalb. Dreieinhalb, genau. Sagen wir mal dreieinhalb. Genau, das würde ich sofort machen. Ansonsten, muss ich sagen, bin ich da relativ offen und entspannt. Ich freue mich immer, wenn ich was spielen kann, was nicht unbedingt was mit mir selber zu tun hat. Also mir macht es großen Spaß, so eine sehr einfach gestrickte Figur wie den Jo Leible zu spielen, der ein herzensguter Mensch ist, aber zuerst redet, bevor er darüber nachdenkt und dadurch sich und alle anderen in große Schwierigkeiten bringt, macht ganz großen Spaß zu spielen. Ja, also es ist auch dann interessant, wirklich, denke ich mal, für den Zuschauer, wie geht es vielleicht doch weiter. Also da könnte man wirklich mehr draus machen, wenn die Verantwortlichen endlich mal wieder aufwachen. Also ich wäre am Start. Sehr schön, gut zu wissen. Wie sieht es ja noch aus, was steht noch an, außer der Theateraufführung hier alles? Weihnachten, ein bisschen, wenn man ins Private geht. Ja, Weihnachten werde ich hier in Stuttgart verbringen, weil wir am 23. und am 25. auch spielen müssen. Also da bleibe ich hier bei meinem Vater, der hier in Stuttgart lebt. Meine Freundin kommt vorbei und dann geht es ja schon wieder ans Theater spielen, genauso wie an Silvester auch. Spielen wir hier zweimal und da ist eigentlich, also bis der Rest vom Jahr ist, zu geplant auf jeden Fall. Gut, und dann nach der Vorstellung Silvester dann raus auf den Schlossplatz und ordentlich krachen lassen, oder? Auf irgendwas werde ich dann auf jeden Fall tun. Was weiß ich noch nicht genau, aber ja, ich hoffe, wir finden dann noch was Schönes, wo man noch ein bisschen feiern kann. Okay, das klingt doch alles sehr gut. CD, wie gesagt, wir geben euch einen Tipp natürlich, wie es generell ist. Wir hören sie jetzt erstmal an und dann machen wir da bestimmt auch nochmal eine Vorstellung in Form irgendwo auf unserer Seite promigeflüster.de. Da könnt ihr dann immer das Neueste erfahren, auch von David M. Schulze, ganz klar. Freut mich, dass du zu früher Stunde schon hierher gekommen bist und ja, weiter tolle Vorstellungen, sage ich jetzt mal. Und für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen Dank, Frank. Gerne. Das war's von uns hier, von der Bar an der Komödie im Markwart. Mal gespannt, ob wir jetzt was zu trinken kriegen. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und... David M. Schulze David M. Schulze